Hey Leute! Herzlich Willkommen zu Jumpking! Jumpking! Ich habe das vor ein paar Tagen in einem Video gesehen vom Journalisten und auch YouTuber Karl Jobst. Der macht hauptsächlich so Speedrun-Videos und Infovideos auf YouTube. Und es ist jetzt schon ein paar Jahre altes Spiel. Ich habe ehrlich gesagt davor noch nie etwas von dem Spiel gehört. Und es soll anscheinend heftig schwer sein. Zuerst Peppa Girl! Es geht nur darum, und mehr Motivation braucht unser Held nicht, einen Turm zu erklimmern. Und wie ihr da seht, Jumpking, there's a smoking hot vape at the top. Ja, mehr braucht man nicht als Motivation. Dass man dann da so eine Reise auf sich nimmt. Und wir schauen uns das Ganze einmal an. Rage Mode Incoming. Ich glaube nämlich, dass das relativ schnell gehen wird. Es ist nämlich so. Das Spiel hat extrem viele verschiedene Varianten an Sprüngen. Ich habe nur die Sprung-Tasten und die Pfeu-Tasten. Das war das. Im Prinzip ist es so. Ich muss die Tasten für den Sprung gedrückt halten. Vielleicht wird es uns ja sogar erklärt. Bei Legende zur Folge gibt es auf dem Gipfel ein verdammt heißes Schnuckelchen. Ja, wenn man es auf Deutsch übersetzen will. Und ja. Du hast die Legende auch gehört. Du willst also dieses Schnuckelchen. Ja. Dann los. Begib dich nach oben. He, 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 he. Ja. Schauen wir mal. Gut. Und das ist so. Ich muss die Sprung-Taste glaube ich gedrückt halten. Genau. Also ich drücke Space, also Leertaste. Und irgendwann einmal springt er automatisch los. Und umso länger die Tasten gedrückt halten, umso höher springt er. Umso kürzer, umso weniger hoch. Ja. Und ich muss das ganz, ganz genau timen. Weil ja die Sprünge alle unterschiedlich hoch werden. Umso länger ich die Tasten halte. Und. Ich muss die Pfeiltasten drucken. Genau. Und in dem Moment wo ich auslasse. Oder die Maximalsprunghöhe erreicht ist. Ist es vorbei. Und ich kann den Sprung nicht mehr beeinflussen. Ja. Oh mein Gott. Das wird. Oh. Oh Scheiße. Was hab ich mir da jetzt. Okay. Ich bin ja gespannt ob ich überhaupt aus dem Loch da rauskomme, wo der alte Mann am Logofeuer sitzt. Oh. Ich kann jetzt das nicht. Passt. Tschüss. Gut. Das wird vielleicht interessanter als es mir gab. Oh mein Gott. Scheiße. Na. Echt. Ich hab mir eigentlich gedacht, dass ich den ersten Sprung schaffen will. Oh. Passt. Passt. Ich bin ja einfach mal easily auf, wenn es mir hier gibt. Das steht. Es wirdmäßig nicht. Ich bin ja immer schön. Oh mein Gott. Das ist nicht mehr so. Oh. Ich bin ja nicht mehr so, dass ich überschleurte. Wenn ich das drückte. Ich bin ja immer noch mal sicher. Ich kann das nicht mehr so. Auch nochmal. Es ging aber auch irgendwie so sehr. Ich kann das nicht mehr vorbilden. Wenn du raufeln kann. Ich kann das nicht mehr so schnell kommen. Ich kann das nicht mehr. Ja. Rotkronenwald. Okay, aber die Kronen sind irgendwie... ...grün. Wow. Nein! Es ist nämlich richtig schwer, weil... 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 Nein! Scheiße! Sie muss wirklich da sein. Alter! Eine Schönheit. Ganz bestimmt. Okay. Das sind immer die Spiele. Die schauen halt leicht aus. Auch noch. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Vielleicht kann ich mir das da zunutze machen. Ja, okay. Also den Sprung, den wir jetzt immer so timen. Und da. Jawohl. Okay. So. Oh! Okay. Jetzt muss ich kurz nach oben springen und mir anschauen, wo ich da... Was? Das hat so einen... Schwierigkeitsgrad. So ein... So ein Anstieg. Nein, nicht der... Nicht der Ernste. Das ist jetzt da. Komm in die Omi. Hä? Okay, es scheitert jetzt da schon, dass ich überhaupt keinen Plan hab. Nein! Es scheitert ja da schon. Weil ich halt überhaupt keinen Plan hab, wie ich da oben jetzt weiterkomme. Warte mal. So. 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 Oh, wie komm ich da bitte um mich? Ah, warte mal. Okay. Ah, warte mal, warte mal. Das könnte aber klappen. Nein, so Spiele... Das bitterste ist halt einfach, dass das für euch wahrscheinlich so easy ausschaut und ihr euch denkt, was tut der da? Ah. Ich glaube, du brauchst die Zeit eher heute. Na, darum ist es wie nur angespielt. Weil ich weiß ganz genau, dass das so brutal in einem Rage... Ah, jetzt ist es noch witzig. Aber die Gaudi ist wahrscheinlich bald vorbei. Es wird so schierig in einem Rage enden. Ich muss mir halt irgendwie ein bisschen die Sprünge merken. Wie lange ich ungefähr druckt halt. Und es gibt ja ganz, ganz wilde Speedrun-Challenges. Ah. Weil natürlich es so ist, umso länger man in der Luft ist, umso mehr Zeit vergeht ja bis zur Landung. Und dadurch verliert man Zeit. Okay. Klausi, das ist keine neue Erfahrung für uns. Was? Was ist keine neue Erfahrung? Dass es für euch leicht ausschaut und in Wirklichkeit ist es schwer? Das ist mir da oben ein Rätsel. Der sprungt, oder? Hm. Sag einmal. Muss ich denn so kurz timen? Geh, schleich dich. Dass ich da nicht auf der Decken antusche und trotzdem unten durchflutsche? Geh, schleich dich. Nein, das gibt's nicht. Ich habe neulich eine Fee gefangen. Das ist schön für dich. Willst du sie mal sehen? Was ist das wirklich eine Fee? Pech gehabt. Herbert, was bist denn du für ein Arschloch? Hehehe. Aber du huckst da unten in einem finstern Loch. Du hast überhaupt gerecht, dass du mir auslachst. Also der Sprung ist mir da ein Rätsel, um mich. Und vielleicht muss ich mich ganz knapp zugestellen. Ah, ha, ha, ha. Warte mal. Oh. Wow, 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 wow. Oh, vielleicht nochmal zurückgucken wir kurz. Aha, nein. Ihres Kiesel lieber nicht. Und so. Oh. Ja. Ii. Es geht sogar darum, wie lange ich mit der Pfeu tasten. What? Umso staler oder spitzer ist der Winkel. Huh. Ich schau mal kurz nach oben, was du is. Wow. 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 Ist das ein Decken oder kommt? Na, shit. Das ist wirklich ein Decken. Ach, du Scheiße. Huhuhuhuhu. Huh. Was ist denn? Scheiße. Ich muss mal richtig gut einschätzen, wie weiter gehen kann auf der Kanten. Geschleicht dich, hä? Nein! Es gibt einen hübschen, sicheren Ort direkt über dem Baum. Äh, 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 äh. Ich bin ja schon geschlossen. Du hast ja keinen Fall, wenn ich das hätte. Ich kann auch nicht entsprochen, dass ich das täte- Kennen sollten, dass ich das gleich so einen Sprung jetzt so mache. Geh, komm jetzt! Aber wir können Freunde sein. Ja, genau. Du bist mehr wie ein Freund für mich. So ist auf dem Turm eine Babe. Du musst mir schon beweisen, dass du alles für mich tun würdest. Ja. Hey, komm ich habe ja den Sprung schon mal geschafft. Wie geht denn der? Was ist denn da überhaupt los? Wie geht denn der Sprung? Ich check den nicht. Ich hab ihn vorher geschafft. Ah, okay. Ich muss noch ganz kurz antippen. Du warst wirklich ganz am Rand. Ja, also ich war ganz am Rand. Ich muss natürlich immer wieder betonen, ich kenn die Spiele nicht. Ich kenn die Spiele nicht und daher ist es sicher für diejenigen, die die Spiele kennen, mehr Erlebnisse. Okay, und here we go again. Und hier we go again. Und hier we go again. Und hier we go again. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Bei der Serie zumindest. Ja, okay, so geht der Sprung zumindest einmal. So will ich den einmal begriffen. Schau! 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 Dann Copyright Untertiteln von Oder was meinst? Also das ist jetzt kein Spoiler. Man sieht halt irgendeine Stadt oder irgendeine Ortschaft oder irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Ähm... Ja, das... Ich war mir nicht sicher, ob es das sein soll. Ich hab mich... Ich hab mich nicht festlegen wollen. Ja, super. Und der Sprung... Warte mal! Vielleicht... Ah, nein. Okay. Ich hab mir gedacht, ich kann da vielleicht rechts drüben abrollen und dann an die Wand und gleich so, dass ich dann links um mich brauche. Cool. Das ist cool. Ah, ja. Warte mal. Oh! Oh! Warte mal, da rechts außen ist ein Loch im Baum. Uh, aber das ist, glaube ich, nicht so einfach der Sprung. Na! Warte mal! Nein! Aber ich bin wenigstens da herum! Uh, uh, uh! Nein! Nicht wieder da, Robi! Rage. Schauen wir mal, Subgamer, was es in Rage gibt. Ich hab Schiss. Ich will nicht, dass da wer Angst kriegt von mir, für lauter Schreien. Warte mal. Ich mein, der Sprung... Nein! Ich ver Alice! Okay,янianianianianianianianianianianianianianianianianianiania-ubleibde. schwer so richtig weil man breit ab und man muss mit geschirr genau timen das ist ein wahnsinn also du musst so präzise sein ich trau mich nicht noch einen minzig kleinen schritt gehen weil dann halt es mich wieder da bin ich wieder da ich check nicht ganz wie du aus die kum bei dem loch ich weiß nicht wie man das loch kommt das ist ein arschloch ein blöds jetzt war sie nicht schafft den sprung direkt ja schafften direkt vielleicht dort rüber und dann vielleicht noch weiter um ich hab angst schafften scheiße wie geht der sprung hobbiton stufen naja habe keine stufen mehr scheiße hätte gar nicht aus dem nächsten hätte die links müssen Ich kann mich in der Luft nicht mehr beeinflussen. Aber rechts runter geht es nicht. Es geht schon runter, aber dann ist es aus. Ich glaube nicht, dass ich den Sprung geschafft habe. Scheiße, ich glaube, ich muss da links um mich. Scheiße. Du, das ist gar nicht... Nein. Jetzt kann ich es nicht- Arsch! wird sein oder wie wie geht es so nicht ich check die route net schau was ist jetzt los jetzt hupf ich da schon wieder drüber das muss ich von da unten machen dass ich dort direkt aus zu springen aber dauernd ist sowas von überfragt die breite oben ja ob wie geht es es muss so gehen es schafft da nicht und das muss ich da um mich springen ist das ernst wieso wird das spiel angefangen weil ich nicht ganz dicht bin offensichtlich und ich bin nicht ganz dicht Das ist ein ganzes Mal. Da hat man noch etwas abgemacht. Dieses Mal haben wir zuerst gemerkt. Zum Beispiel sagt man das oder nicht. Es gibt noch meine eigene Katastrophe-Kurven diese aufziehen. Aber ganz einfach. Aber den haben wir aufhören. Was hält das STF? mir so zunichte gemacht so geht es auch okay wir zwar nie wieder zusammenbringen aber gut zu wissen und darum bin ich da oben gesprungen ja und dann bin ich da oben gesprungen es ist die frage dass er da aufgespringt zu dem vogel nach das geht nicht also wenn dann muss ich so mit es ist halt wirklich wo ich sage wenn man da oben oben ja warte mal okay wo muss ich ihn hin wir schauen aber noch einen stock gigantischer abfluss oh mein gott liebes zweite level erreicht ich habe so angst so angst aber da muss ich schon dort vorgespringen ja das geht ja gar nicht anders so weit wie möglich aus die musik gefühl mir als hätte ihr date mit lausie loser in so einer strandbar an der kota syr bei sonnenuntergang ich habe genau den zweck genau das gute erreichen bergams ich könnte mir nichts schöneres vorstellen als das rutscht er da ob rutscht er bei der schräge ob ich gehe mal davon aus dass er abrutscht an dir geht es eh auch so ja nur dass ich date nicht mit mir habe sondern mit dir oh mein gott ich habe an ich bin mit drei pixel auf der karte oder vier die welt er rutscht ob ja oh mein gott ok wo der sprung schaut verdammt sache ich muss das immer setzte schlauch genau treffen Schlafen die Böse runter. Schlafen die Böse aus. Soll ich nicht mehr laufen kann. Ich stehe da. Sonst habe ich da wieder ein Ding. Dann gehts zur Nase befestigt. Dann bin ich wieder da. Da sind die Zaren Sprünge. Der Pferd, der Pferd, der Pferd, der Pferd ist. Der Pferd soll den Pferd sein. Der Pferd soll das. Warte mal. So. Nein! Warte mal, du musst gleich... Na! Ah, scheiße, okay. Rake! Erfroider. Er fällt auf Vollgas schräg nach unten. Also nicht einmal gerade nach unten fallen. Der Lauser. Scheiße. Komm. Und jetzt da. Jetzt muss ich mir da irgendeine Stelle... IH HAB'I GAR NETZER LANG GEDRUCK! OIDA, pflanzt mich na net! Grutzi-Dirken da! OIDA, PANZER LANG! Und jetzt gucken wir mal zur Seite. Daraufhören wir. Das war egal, wo wir jetzt. Was ist das? Oh ja, das ist alles komplex! Das ist alles was für unsere Seite. Was für das ist, was für das Volk ist. Das ist wohl auch... Ja, den ich nicht, nehm schon hätte, Du blöds Arschloch, du! Das ist ein scheiß Arschloch. Über der Kanalisation gibt es eine riesige Hütte. Müssen wir die Hütte heute erreichen, ja? Jetzt könnt ihr einen gemütlichen Fernseher oben auf der Couch. Habe ich trottelt. So. Ich meine, wenigstens ist der Safe. NAAH! Der ist so schwer, der Sprung. Na. Der ist echt so schwer. Der Erste ist nicht so zart. Der ist so schwer. WUH! 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 Eskalieren wir das jetzt nicht bitte. Die Scheiße! nein der sprung muss man zu schaffen er ist wirklich sehr sehr schwer ja das wird's klar na wir sind wie den Nein! 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 So. Wir haben gesagt, da zu hoch, dann haben wir gesagt, da zu hoch. Da droppt Scheiße am Kopf. Und jetzt? So. Nein! Wieso? Echt? Wieso müssen sie da so was schweres einbauen, wie mit der Schräge doch? Sie hätten da jetzt noch ein bisschen warten dürfen gerne. Das ist so unfassbar. Boah. Boah. Der ist halt wirklich so schwer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Is das so eine Scheiße? Oh mein Gott. Was ist das so deiner Scheiße? Was ist das so? Ernst? Komm, du schobst den Sprung übers Eck, komm. Nein! Shit, ich muss wirklich da drüber springen. Oder? Warte mal, vielleicht so? Wie ist es jetzt oben schon weitergegangen? Rechts, oder? Ja. Hä? Was hast du jetzt bitte aufgeführt? Ich bin immer da zurückgesprungen. Okay. Magst du den mal, oder was? Hä? Was, ein Geheimgang? Warte mal, ich geh. Hä? Oh! Ein Geheimgang. Frag ich es nur, bringt der viel? Ja. Na ja, ich mein, sagen wir so, ich kann ihn jetzt. Ob er mir was bringt, ist was anderes, aber ich kann ihn jetzt zumindest. So. Was tun wir da? Er bräuchte leider oben ab. Warte mal. Er bräuchte oben ab. Was heißt, er ein bisschen rauslassen? Ah, das ist zu früh. Ja! Ja! Ja, und jetzt? Muss ich da noch oben? Oder muss ich wirklich rechts über die Käfige? Scheiße. Ich sag's euch nur, es gibt keine Möglichkeit zu speichern und es gibt keine Checkpoints. Ich geh so. Du bist jetzt zu risky. Tschüss! Weg! Tschüss! 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 Ich geh lieber wieder so. Oder soll ich den Sprung da nach oben riskieren? Okay, weit rechts und dann oben. Naa! Und jetzt ist die Frage, schafft er das da nach oben? Ich weiß nicht, mir kommt das sicherer vor, irgendwie. Was? Ist sie es? Der lebt noch! Spüre, schnauf, ihre Berührung. Oh mein Gott. Weg! Nein! 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 Ah, wie der. Ist ja viel grausam. Ja! Das ist ein Scherz, oder? da. Ehrlich jetzt? Ich bin ja ganz herum, Scheiße! Boah. Bei dem Sprung habe ich richtig Respekt. Da brauchen wir halt zum diskutieren, aber ich bin echt effig da, was da los ist. Weil das ist halt wirklich mega zack. Das da ist so total wild. Oh mein Gott, warte mal, probiere ich was anderes aus. Gut, 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 das war das letzte Mal, dass ich es probiere. Jetzt kriege ich wirklich schon, ja und dann vergesse ich wieder, dass ich jetzt einen anderen Sprung machen muss und dann ist ja wieder alles beim Teufel. Aber grundsätzlich kriege ich jetzt langsam ein bisschen ein Gespür dafür, wie lange ich wo drucken muss. Und dann kann man halt wieder so ausrutschen. Ich werde einfach nicht sein müssen. RUTZE FIX! Jetzt bin ich ein bisschen unkonzentriert. Scheiße, das darf nicht passieren. Schau, das gibt's ja nicht. Das ist ja ein kurze FIX da jetzt da. Und dann rupf ich da einmal zu lang. Ja, oida, 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 oida. Bist du, Deppert. So ein Scheiß da bist du. Ich möchte so gerne wissen, was hinter den Käfigen da oben ist. Ich möchte die Käfige meistern. NAAAAAAA!!! Nur so wird das halt nix. Wie schaut das Spiel für euch aus? Schaut das schwer aus? oder denkt ihr euch, Alter, was tut der da? Ja, das habe ich befürchtet. Wenn man das nicht so übersteuert, kann man sich das nicht vorstellen, was da mit der Steuern los ist. Das kannst du nicht... Nein, das... Glaubst du mir, du kannst dir nicht... Also, du kannst dir vorstellen, dass es schwer ist, das ist klar. Weil sonst würde ich mich nicht so anstellen. Aber... Man kann sich nicht vorstellen, wie die Sprungsteuerung ist, wenn man es nicht selbst erlebt. Das ist... Unfassbar. Das muss man selber gespielt haben, sonst glaubt man das nicht. Es ist wirklich ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu kurz aufgezogen und du verkackst den Sprung. Das Tasten halten, über einen gewissen Zeitraum. Das ist... Wenn ich es zu kurz halte, ist der Sprung zu kurz, wenn ich es zu lang halte, ist es zu hoch. Und man kann nichts mehr beeinflussen, in dem Moment, wo er los springt. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Hä, was du ist denn? Oh, ich bin in irgendeiner Küche. Oh mein Gott, ich bin in irgendeiner Küche. Ruhig. Ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Wo muss ich da jetzt hin? Okay. Aha, warte mal. Alter, wo, 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 wo muss ich da hin? Okay. Bergfried des falschen Königs. Das schaut mal nach einer Art Safe Place aus. Lass dich nicht täuschen. Wenn es mich nach links abhaut, dann ist die Gaude aus, weil dann wächst es mich wieder glanzendurch den Kanal durch, aber ich bin bis zum Ende vom Kanal. Und da drüben, der Kra hat einen Ring, und guck ich dir nicht einen Arm reifbar, oder so. Hm. Hm. Ah, aber es ist zumindest, glaube ich, insofern, da so hohe wegs sicher, wenn ich nicht komplett, wenn ich nicht einen kompletten Scheiß baue. Also, ich fühle mich da jetzt auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Na, da, na, na. Da muss ich wenig aufziehen. Sonst haut es mich oben zu, wie zu decken. Ja, ja. Und jetzt da, oder was? Na, schaut es mal. Na. Ist das euer Ernst? Bitte nicht. Ich muss jetzt nicht durch das kleine Loch da links durch auf sie und den kleinen Vorsprung da drüben erwischen. So schnell ist der Safe. Blaze weg. Das kann nicht sein, oder? Das können wir uns mal nicht antun. Warte mal, ist da eine Schriftrolle? Kann ich irgendwas sammeln in dem Spiel? Na. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass da irgendwas zum Sammeln sein soll. Schütze. Ich würf dich gar nicht stufen. Okay. So geht's auch. An biologisch. Ich würde an spaß. Okay. So geht's. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Das geht ja gar nicht. Den Bogen kann man ja nicht schaffen. Der kann ja den Bogen nicht schaffen. Oder bin ich zedeffert. Schau. Ehrlich jetzt da. Jetzt geht es mir dann wirklich schon langsam voll. Ich bin jetzt am Arsch. Eine irgendeine Passage da. Du machst mich garisch. Wirklich jetzt. Da drei Durchpassern. Scheißdreck da. Sie mich jemals aufregengegeben. Und zu zeigen. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Grazefix jetzt. Du Scheißdreck. Du Blöder. Wie funktioniert der Sprung? So. Komm. Aha. Da geht es noch rechts um mich anscheinend. Super. Oh mein Gott. Bitte. 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 Und jetzt. Muss ich ausziehen? In Regen? Scheiße. Ich glaube, ich muss in Regen ausziehen. Er schafft den Winkel sonst nicht. Oder? Ich muss mit dem Regen ausziehen. Ich muss mit dem Regen ausziehen. Nein. Ich muss mit dem Regen ausziehen. Einmal zu lang, einmal zu kurz! Passt's da bald? Ist mir wurscht. Das ist verschmerzbar. Um. Echt? Bleib doch um! Ja. Jetzt ist dann langsam so der Moment, wo ich sag hu hu. Ich schwör's euch, wenn man das nicht selbst spült, das kann man sich nicht vorstellen. He, was war denn jetzt? Jetzt mach ich den Sprung! Jedes Mal gleich! Und der ist noch nie misslungen! Oder einmal! Ist das nicht der Sprung, den ihm geschlafen fiel? Was passiert da? Oder was passiert da grad? Oh Gott! Das war so klar! Oh! 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 Okay! Ich spare mir sogar den Weg! So und jetzt? Der Omi! Ich hupp' mal grad auf hier und schau mir das an! Okay! Na! Das gefällt mir gar nicht! Wo geht's denn da jetzt genau hin? Ich check's nicht! Warte mal! Es kann auch nur rechts gehen! Aber das ist ja viel zu stahl! Wie so in den Winkel schoppen! Oh! Ah! Okay! Und jetzt? Ah! Da kann aber nichts passieren haben! Also das ist fix safe! Ja! Und da oben? Schafft er das noch rechts? Na! Geschleichti! Ich hab's super auf! Naja! Okay! Das ist eine kurz! M-Naja! Mas... Ich hab eine gute Zeit! Auf FORCE! Die supermarket! Das ist eine Fahrt! Ja! Die meine marge sind alle! So, auf das habe ich schon so lange gewartet, dass mir das passiert. Dass ich mich da ausversehen auszuspringen bei dem geschissenen Loch. Das Leben ist in der Kaffee, wie wir uns in der Saarer nachzusehen. Wenn das eine neue Auffeur in den Staaten bloqueiert ist, kann man alles gut ausziehen. Ja, das ist das Leben. So, wie was ich da ohne Ritter verletzt��냐면, ist das Leben und dass ich auch nicht eingestellt habe. So viele Autos steuern. Kannst du mir das erklären, was da abgedeckt ist? Was? Ich hab' da nur ein Hund für sichere Sprünge. Und da ist es keiner davon. Nein. Ich muss mich so zusammenreißen grad. Ich werde da... ...glaub ich Alpräume haben. Ruhig. Ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Alles gut, alles gut. Na, es ist gar nix gut. Ruhig. 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 So. Uuh. Uuh, ich schobs nervösne, aber drauf glaube ich. So, dann schaue ich ihn! Digit! Also, wenn man ihn verliesslich macht. Ich fuhlt Bottom. Ich fuhlt Tron. Jetzt bin ich wieder da! Geschleicht dich! Schleicht dich doch! Was ist denn da oben? Wie komm ich da vor ihm um mich? Ah, ich k- Ich k- Ich habe keine Ahnung, was das da ist, aber das ist es definitiv nicht wert. Na! Das meine ich mit konzentriert sein. Das ist genau das. Doch, warum gibt es das da jetzt? So. Mir reicht es. Ich habe die Schnauze voll von dem Spiel. Mir reicht es wirklich. Jetzt haut es mich wieder da rüber. Passt. Leute, ich schaff es nicht weiter. Ich muss aufgeben. Ich hätte gern das Level noch beendet, aber ich komm da nicht ab. Meine Konzentration ist schon so im Eimer. Das ist echt, wenn man schafft. Das tut mir leid. Jetzt können wir wenigstens Jump King auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen werden wir höchstwahrscheinlich Princess Peach Showtime beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen. Ich habe mich gefreut, dass dabei war. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin passt es glücklich auf. Bleibt gesund. Schönen Abend noch. Schlaft gut. Baba. Ciao. Pia Teich. B ep.